Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen hier zu dieser wunderschönen Aussicht am Bergsee, zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich bin bei Hamish, Hamish möchte sich nochmal mit mir treffen. Wir wollen ein bisschen angeln gehen, der alte Kriegsveteran. Mal gucken, was wir hier heute erleben werden. Vielen Dank an die Leute, die alle die letzte Folge wieder unterstützt haben, mit Daumen nach oben, oder allgemein auch die letzten Tage hier wieder fleißig unterwegs waren. Auch vielen Dank für die netten Kommentare. So, Hamish, wo bist du denn? Muss ich klopfen? Mal gucken, was wir heute alles erleben. Und ob dieser Angelausflug auch gut läuft, man weiß in dem Spiel nie, ob da noch vielleicht irgendwas anderes passiert. The door is open. Hamish, Arthur, komm in. Du sagst, wir müssen uns fischen. Es dauert nicht viel, um mich zu fischen, um mich zu fischen. Los geht's mit meinem Boot. Gut. Hier sie ist. Du möchtest rohen? Klar. Tyrann? Ein Hecht. So. Selbstgebaut. Hechtangeln gehen? Ich hab jetzt, ich hab jetzt gar kein Dynamit dabei. Mach's man doch eigentlich mit Dynamit, hab ich bei, bei Krokodil Dundee gesehen. Okay. Okay. Hehehehe. 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 Jugend, wenn du wüsstest. Okay, den Tyrannenhecht wollen wir fangen. Fange hier. Fange den legendären Amor-Hecht. Okay. Mit meiner billigen Angel. Geh her raus. Okay. Hab ich. Der Spezialköder am Haken zu befestigen. Ich habe ein paar Jahre gearbeitet. Ich habe das. Ich habe das richtig kombiniert mit Feathern, Twine, und Glimmer. Ich mache sie, losing sie, ich habe sie richtig gemacht. Ich habe sie, siehe, siehe, sogar eine Mettele. Ich habe es endlich gefunden, etwas, was er sich mag. Okay, ein bisschen weiter nach hinten schmeißen. So, typisches Hechtangeln hier mit Blinker. Blinker geht ja immer sehr gut für Hechtangeln. Whoa, was ist das? Hast du was? Wieso hast du ihn jetzt und ich nicht? Ich habe was, okay. Ich glaube, der hat gar nichts. Du hast einen Stiefel am Haken. Komm schon jetzt, Tyrant, ich habe dich. Ich habe dich. Ich habe dich. So eine Baby-Bach-Chorelle. Fall nicht ins Wasser. Wir werden alle schlafen. Komm zurück. Nein, es ist ein Stiefel! Nicht sein Ernst. Das ist doch kein Hecht. Der wird doch hier nicht von Hecht so durch die Gegend. Rudere zu hängisch. Ich bin raus. Ruhig schnell! Ein Mann, der mich einfach schlafen hat. Ja, ja. Über hier! Ein Monsterhecht, der dich so durchs Wasser zieht, oder was? Ungeheuer von Loch Ness war das. Hey. Gut, dass er noch schwimmen kann hier mit einem Bein. Schon wieder was verloren? Schon wieder was verloren? Ah. Wir haben auch meine Beine bekommen. Sie waren nicht. Du willst einen anderen Bein, Adam? Ich habe noch immer meine Lure. Nein. Er ist jetzt dein Fisch. Gehe weg. Okay. Rudere wieder zurück zum anderen Platz. Ich bin ja dabei. Jetzt muss ich ihn wieder rausholen. Was ein Monsterfisch. Ganz ehrlich. Okay. Der nächste Angelplatz. Das sieht so schön aus hier. Okay, genau hier. Wir hoffen, dass wir diesen Basterd mit dir befinden. Na. Gehe zurück, wo wir waren. Und sicher, dass du die Lure hast, die ich dir gegeben habe. Hab ich. So. Jetzt werde ich wahrscheinlich auch gleich reingeworfen. Ein bisschen schneller jetzt. Ich glaube... Ich glaube, ich habe sie geholfen. Real. Let's landen, der Basterd. Ja. Vorsicht, dass die Schnur nicht reißt. Bring es in jetzt. Komm. Komm. Ja, ich mach ja. Vorsicht. Kämpfen wir wieder. Ich schaff das. So, komm schon. Kriegen wir. Den Monsterhecht. Yes. Okay. Zeit, zu rehen. Können ruhig mal ein bisschen schneller ziehen hier. So schnell, wie ich hier die Kurbel drehe. Stand steady. Komm schon. Weiter drehen. Kommt er eigentlich dichter? Mann, du zieh den Scheiß doch aus. Puh. Ich hätte das mal ein bisschen zusammengekürzt. Das war ein richtig langer Kampf hier an der Angel, ey. Bestimmt vier Minuten. Wie hat der Fischt ihn denn so durchs Wasser gezogen? Je, je, je. Vier Minuten Kampf mit der Angel, ey. Ui, ui, ui. Da freut sich aber einer. Tut mir leid für früher. Du hast ihn gefreut. Arthur ist ganz schön fertig gerade, außer Puste, ey. Lass uns zurückkommen. Okay. Den haben wir rausgeholt, den legendären Hecht. Er war so groß. Ja, das ist, wenn du sicherst, dass du ihn willst. Oh, ich werde nicht von deinem Begriff ausfüllen. Ich gebe ihm seine Ehre, dann. Er war sicher etwas, ey? Ja, er war. Okay, schauen wir mal. Schöner Auftrag hier. Der Wetteranteil 2 abgeschlossen. Puh, aber echt. Ich habe euch da den Kampf mit dem Fisch ein wenig... Es war einfach nur kurbeln, ziehen, kurbeln, ziehen und so. Angeln, man braucht da Geduld und so. Deswegen war das echt ein langer Kampf, den ich da hatte mit dem Fisch. Habe ich ein bisschen gekürzt für euch, fürs Video, damit es nicht ganz so eintönig wird hier. Der hat mich nur fluchen gehört die ganze Zeit. Drecksfisch, komm her, du blöder Arschfisch. Wer kennt sie nicht, die Arschfische? So, es gibt ja auch Arschkratzenfische. Gibt es auch. Katzenfische. So, jetzt reiten wir mal zur Wittre. Mal gucken, was wir mit der erleben. Ob wir da auch wieder jagen gehen. Wir hatten ja gesagt, dass wir ihr da nochmal... weiter jagen beibringen. Es wird angezeigt, dass mein Pferd... ein bisschen gestriegelt werden müsste. Ruhig, boi. Sieht doch gut aus. Was ist das denn? Ein Zuckerwürfel? Fürs Pferd ist aber nicht so gut, oder? Zucker fürs Pferd ist schlecht für die Zähne. Ginseng. Hier, kriegt eine wilde Möhre. Ja, ein guter Junge. So, schöne wilde Möhre hier. Ja, ein guter Junge. Ja. So, jetzt geht es weiter. Hoffentlich werden wir nicht auf den Weg dahin angegriffen. Drückt mal die Daumen, dass wir nicht angegriffen werden. Amberino steht da oben drauf. Jetzt sehe ich das von hier, oder? Ist das so ein wichtiger Ort hier? Amberino? Hört sich an wie Dan Marino. Kennt ihr den? War mal Quarterback. Bei den Miami Dolphins. Ja. So, jetzt sind wir in Roanoke Bridge. Roanoke heißt das hier. Roanoke. Erinnert mich irgendwie an Cronog. Oder wie hieß das noch? Aus dem... Dieser Ort, wo die ganzen Einsiedler verschwunden sind. Oder ne, Roanoke. Das ist doch auch ein Ort von American Horror Story. Ja. Ja, sag ich doch. Okay, da und das Bär. Ruhig fährt, ruhig fährt, ruhig fährt. Der Bär kann ja nichts tun. Der ist noch ein Abhang weiter runter. Wir reiten aber weiter Richtung Norden. Von daher, alles easy. Die Männer hier im... Ja. Ja. Und lass bloß die Finger von meinem Pferd. Oh, ich glaube, da ein Sturm zieht auf. Hoffentlich werden wir hier nicht... Hier nicht runter... Gespült. Guck mal, da ist schon der Wasserfall. Bei dem Wasserfall unten, da wohnt ja schon die Dame. Sie sind ja schon da. Einige Sachen sehen dann auch immer recht weit aus. Aber dann ist es doch gar nicht so weit, wie man denkt. Außer nach Penelipo Brave Wave zu reiten. Das ist wirklich schon ein Weg. Es ist ein Gewittersturm. Aber da ist das Labor von diesem Marco, mit dem wir Schüffelversenken gespielt haben. Der hat da voll krasse Antennenroben drauf gebaut. Aber zu dem können wir ja nur nachts... Seine Mission ist nur nachts aktiv. Aber mal gucken, wenn wir mit der Dame hier fertig sind, ob dann vielleicht schon Nacht ist. Holy shit. Thor schwingt seinen Hammer aber heute wieder gewaltig, ey. Du hast das Revier eines legendären Tiers betreten. Nö. Gerade kein Bock. Genau, bei Gewitter immer durchs Wasser reiten. Dann ist es gar nicht gefährlich, wenn der Blitz dann in den Fluss einschlägt. Ist gar kein Problem. War da eben ein paar Fragezeichen hier? Ach so, hier ist eine Spur. Eine Spur von dem legendären Tier am Baum. Kratzer am Baum. Da hat das legendäre Tier sein Revier markiert. Komisch, jetzt ist hier Sturm im Spiel und ich wange irgendwie automatisch an, lauter zu reden, als würde ich da selber mit ihm drin sein. So zieht ein Spiel einen in den Bann. Merkt ihr das? Hoch! Die hat jetzt eine Schusswaffe. Auf wem schießt die denn jetzt? Ach so, die macht Schießübungen an den Dings. Wird da Flaschen aufgestellt. Und das bei dem Wetter? Vorsicht, der Rückstoß. Oh, hey da. Hey. Wie fühlt ihr, Frau? Viel besser, als ich in einem langen Zeitpunkt fühle. If we hadn't caught that rabbit, I don't think I'd have made it another day. You look better. Better and determined, thanks to you. And if I'm gonna learn to hunt, I figured it was time I learned how to use Cal's gun proper. How's that working out for you? Well, let's just say my prey is looking decidedly unscathed. But the end of labor is to gain leisure. Is that not what Aristotle said? Well, I don't know much about Aristotle, but I know a thing or two about shooting a gun. Look, you gotta hold steady, firm. Just focus, breathe slowly, and always pull the trigger on empty lollis. Here, I'll show you. Okay, calm and steady. Don't snatch it at the trigger. Willst du es wieder angeben vor ihr? Zerschießt eine einzige Flasche. Das waren zwei. You make it look so easy. Alright. You try now. Remember to breathe. You need to breathe out. You need to breathe out. Would you look at that? I haven't been in that close all day. Not bad. Focus on the inhale. Shoot on the exhale. My turn. I'll shoot a few more in this town. Okay. Zerschieße drei Flaschen. Ich weiß so, ey, ich hab ja jetzt hier den Revolver. Sie hat ein Gewehr in der Hand. Damit kommt sie mit dem Rückstoß halt nicht zurecht. Oh nein, das witzige Ratte ist zurück. Über da, ihr seht? Es hat ein Thorn auf meinem Seite, seit wir hier geblieben. Kill die Ratte, bitte. Wem, wem, oh Gott? Kill die Ratte. Wo ist ihn jetzt? Ich bin weggekommen. Ich hab dir gesagt, es war schnell. Äh. Anyway, mein Turn. Jetzt hast du früher gesagt. Komm her, komm her. Oh, fast. Sie wird besser. Was kann ich sagen? Danke. Ich habe noch ein paar von den Rappen geblieben, die ich aufgelöst habe. Würdest du mich für ein Gehreit? Das ist das Leid, was ich kann tun. Das Kaninchen schon eingepökelt. Also, die kennen, mit kochen kennst du sich dann aus. Nicht mit dem Jagen, aber ich weiß schon, wie man Fleisch haltbar bekommt. Und Arthur ist natürlich ein Gentleman. Warte, mach mal die Tür zu. Ja, genau. Die hat ja eine automatische Tür in hier. Die ist schon fortschrittlich. Warte, mach mal ein Seat an der Tafel. Die Kühe ist gerade fertig. Warte, ich will mir aussuchen, wo ich sitze. Dann nehme ich den hier. Dann bist du dichter am Herd. Okay. Klang vielleicht ein bisschen falsch. Ich meine, wegen dem Savieren. Sie ist noch dabei. Guck mal. Vorsicht, Vorsicht. Warum ist denn die Tür wieder auf? Ja. Du hast mir geholfen, dass ich das gesehen habe. Mein Mann, Cal, war so ein Optimist. Ich fand das sehr beeinflusst. Aber es gibt eine gute Länge zwischen Optimismus und Naivete. Wir waren beide mit dem Silverspoon. Banquets, butlers, valets. Das klingt schrecklich. Es gibt so viele Leute, so viele Dinge. Ich bin verloren. und ich war das. Ich war das. Ich war das. Mein Vater war sehr... überbehrig. Dann kam wir hierher, und ich war das. Ich habe mich auf das. Ich habe mich auf, zufangen, 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 zufangen. Aber ich war so, zufangen, ein viel mehr schrecklich anti-Heroin als ich, als ich, zufangen. Oh, naja. Ich denke, du bist einfach gut. Irgendwie geht's ihm gar nicht gut. Hat sie schon was gegessen? Ich bin gut. Ich hab nur... Aber die vergiftet mich doch nicht, oder? Danke für das. Ich denke, es ist besser, wenn ich... Okay. Was hat sie uns gekocht? Sie hat noch nichts gegessen, ne? Oh, sind wir jetzt hier bei Misery? Stephen King Misery. Vielleicht hat sie ihr Verstand verloren, so ganz allein hier draußen. Hat sie uns schon die Knöchel gebrochen? Ne, die sehen noch gut aus. Ist das ein Brief? Oder war es wirklich nur Arthurs Krankheit? Hm. Mein liebster Arthur, ich habe raus gegründet. Oh. Nicht eine Phrase, die ich dachte, dass ein Kino von mir nie innen würde, aber... Nonetheless one, I am very proud, to finally be able to write. I am so very grateful to you, for all the help and encouragement, you've given me. There is some money in a box, on the nightstand. Please take it. I have far more than I need back in the city and I'd like you to have it. Please take care and remain true to the man, I know you are. Okay. Sie hat uns Geld hinterlassen. Arthur, man, das ist schon wieder der Drexhut. Brief von Charlotte. Ich soll das Geld nehmen, da steht Plündern dran. Na gut. Wie gesagt, ich darf das nehmen. 100 Dollar. Plus 125 Dollar. Ei, ei, ei. Sind wir noch bei ihrem Haus? Ja. Das Essen war also gut, aber Arthur geht es halt echt nicht gut. Es regnet ja immer noch. Gut, vielleicht war ich auch nur in ein paar Stunden ausgeschaltet. Das ist ja fürchterlich, das Wetter hier. Ich hoffe, jetzt Charlotte noch mal wiedersehen. hat sie gesagt, sie ist Hand hingegangen und dann hat sie gesagt, ich brauche es nicht in der Stadt. Das Geld. Hm. Was hier nicht noch alles passiert, ey. So. Wo ist mein Pferd? Da vorne. Der ist noch da, wenigstens. Alles klar, Digga. So. Dann mache ich mich mal auf den Weg zurück nach Annisburg, glaube ich. Oder? Wie viel Uhr haben wir jetzt denn hier? Ich sehe doch hier eine Uhr, oder? Da. Ist es halb drei noch? Ist das der kleine Zeiger? Oder ist das schon Viertel nach fünf? Ne, sieben. Ne, ne, nach sieben ist es nicht. Wir haben uns mitten am Tag. Mitten am Tag. Ich hatte das gefragt, wegen, wegen hier dem Labor, wo, wo der Professor ist. Der hat ja gesagt, ich sollte mich mal wieder bei ihm melden, wenn ich, ähm, fertig bin. Wir waren, zuletzt waren wir hier am See und haben da die Schiffe versenkt. Dann hat er gesagt, ich soll bei ihm beim, beim Labor mal vorbeigucken. Keine Ahnung, was der da für Aufgaben hat. Ansonsten geht es halt hier weiter. Bei Edith Downs stelle sicher, dass Edith und Archie Downs Annisburg verlassen haben. Das würde mich halt auch noch interessieren. Dann können wir dann danach, danach dann gleich weitermachen mit Maika. So, Leute. Heute mal eine interessante Folge. Arthur geht es immer schlechter. Müssen wir gucken, ob er vielleicht irgendwann noch alles, alles so gut erledigen kann, ey. Aber gut. Die Dame hat sich, die gute Charlotte hat sich gut um uns gekümmert. Wir müssen jetzt hier mal den Sturm ein wenig überstehen. Und ich reite dann schon Richtung nächster Quest und werde mich dann in der nächsten Folge wieder bei euch melden. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann bis zur nächsten Folge von Red Dead Redemption 2. Dankeschön und bis dann. Ciao.